Herzlichen Glückwunsch, du bist dabei. Das kann eine der wichtigsten Entscheidungen in deinem Geschäftsleben gewesen sein. Nehme dir für das Webinar etwa so eine Dreiviertelstunde Zeit. Ich weiß, wir haben alle immer unglaublich viel zu tun und darum werde ich mein Bestes geben, dass du ganz viel aus diesem Webinar für dich herausholst. Damit du wirklich aber das Beste für dich herausholst, schaue dir das Webinar am besten auf einem Desktop-Computer an und sorge dafür, dass du eine stabile Internetverbindung hast. Es hilft dafür, auch alle anderen Browserfenster und Anwendungen auf deinem Computer zu schließen. Und als Dankeschön gibt es am Ende des Webinars noch kostenlos meine Checkliste, mit der ich meine E-Mails schreibe, mein Rahmenprogramm, mit dem ich so überdurchschnittliche Ergebnisse erziele. Das gibt es am Ende des Webinars, wenn du dabei bist und wir sehen uns dort. Ich freue mich. Tschüss!